Hallo, Herr Bauer! Guten Tag! Herrlich, dieses Niedwalden! Sagen Sie, gibt es hier auch Lawinen? Ja, ich meinte es. Wenn Sie dann hier runterkommen, dann drohen Sie das Haus mit. Dann drohen Sie das Haus mit. Dann drohen Sie das Haus, das ist ja sehr gefährlich. Und wo ist die Lawine jetzt? Ja, so? Ja, das ist jetzt einfach nicht wie Steine holen.